Musik Ich liege auf dem Rücken und drohe jetzt zwischen den Beinen. Ich möchte ihn umwerfen und festhalten. Dafür nutze ich den Teddy-Buffey. Ich sage einmal guten Tag und gebe ihm diagonal die Hand. Nun ziehe ich ihn zu mir hin und mit der anderen Hand sage ich einmal auf die Schulter, gut gemacht. Und nun lege ich mich auf den Rücken und meine Beine gehen hoch zur Decke. Nun drehe ich ihn auf diese Seite, wo er keinen Arm zum Abstützen hat. Und komme hoch in den Reiter. Noch einmal. Guten Tag. Gut gemacht. Hinlegen und auf die Seite.